ja freunde und damit willkommen zu einer neuen folge von scum ich habe mir mal gedacht in dieser folge dass wir mal einmal weil wir es ja in der regel nicht sind leider gottes ein millionär sind so da habe ich mal angefangen mir hier so ein bisschen stück meiner wille zu bauen und erstmal ein geiler hightech wagen den den ich eigentlich immer fahr naja und dann habe ich immer gedacht okay was ist wir sind jetzt einfach ein millionär und können halt quasi alles uns anschaffen was wir wollen mal gucken wie das so ist wie ich mir hier das häusler einrichte da wir sind hier direkt am flughafen ist das nicht ein luxus schon dass diesen luxus haben nur millionäre einen eigenen airport zu haben da gucken ob das hier so passt leute nie wieder wird mein auto gestohlen mal den hof an leute hier kann doch was machen oder ich weiß nur noch nicht was aber wir haben einfach jetzt mal zumindest für diese folge irgendwie unendlich geld oder sowas und das bedeutet wir können hier ein die saura aus das so ich will einfach mal gucken was wir so machen können weil ich habe das ja noch nie gehabt so wird hier so was schickes und so sieht man häusler aus auch eine tür habe ich ja schon schloss vorgemacht ja drei goldene schlöster natürlich ich glaube hier können wir auch noch ein schloss vor machen leute lassen wir sehen dass wir das hier ja jetzt hab sie cool aus seht ihr das machte millionär nämlich aus also hier ist noch ein räumchen drin dann geht es hier nach oben das ist größte haus was man tatsächlich so machen kann es wurde auch schon gebaut für events oder vielleicht hat ihr selber schon geschafft so ein haus zu bauen ich weiß nicht ich habe bis jetzt noch nichts hingekriegt hier in dem spiel das einzige was ich mal gebaut hatte war dieses kleine und ein zelt das ist auch noch irgendwie wieder so ein mittleres haus kann ich irgendwie auch nicht wirklich und ich glaube das hier ist das gleiche nur unten dieses hier kann das sein ich weiß es aber nicht und das ist das große was ich jetzt hier gebaut habe da brauchst du 100 mal das zeug hier leute 50 bretter 30 davon es ist schon ein haufen arbeit aber wenn ihr es denn geschafft habt kann ja jeder bauen dass den kram hier na dann hat man auch ein bisschen platz ja hier kann man aber keine tür jetzt machen oder kann ich hier noch räumlichkeiten irgendwie abtrennen oder so ist das ja hier guck mal da geht nix na dann müssen wir alles mal ein bisschen ausprobieren freuen da habe ich mir gedacht ein sandsack hier in der wohnung stellen geht auch nicht ja gut dann richten wir das mal ein ich will die gerade nämlich gerade vom bett hat dann machen wir das bett da unten oder was eine fahne ist ja auch noch hier einsteller was man er denn jetzt gerade gebaut schon kaputt komisch na ja dann machen wir eine fahne auf jeden fall machen weil das muss irgendwie auf mich gemünzt werden oder sowas na grün rot irgendwas anderes da wird das zeug hier boom mein sein hoffe ich das ist jetzt auf mich irgendwie gemünzt ist alles so ein bett wollen wir uns bauen und wie ich so sehe gibt es auch nur das hier na dann wird es gibt nichts besseres war also viel kann man nicht machen aber wie gesagt bis vor kurzem war ja kaum noch was möglich hier und wir sind froh dass wir jetzt schon ein bisschen was mehr machen können hier ne so ein bettchen das ist schräg oder er wird es doch gleich schon ausprobieren messer nach oben ja millionäre müssen sich verräubern schützen deswegen hat er das messer wahrscheinlich schon in der hand freunde ansonsten hat sich meine ausrüstung nicht geändert ich habe den nächsten mal wir wollen jetzt einfach nur ein bisschen bauen gucken was hier so möglich ist weil wir es ja noch nie gemacht haben theoretisch deswegen so also wir brauchen natürlich hier wenn wir im schlafzimmer anfangen noch ein bisschen was anderes irgendwie plus was das essen hier kann ich gar nichts machen das ist das baum die irgendwie dies hier ist alles freigeschaltet ich bin ja mal hier so ein nachttischschrank bauen wie ist denn das ist grün das ist doch nur verkehrt rum oder gehört das so voll geklappt ey da die da die da die da du wie macht das denn so rum das ist schon besser ne können wir da eine blumen oder sowas drauf stellen eigentlich nur eklig eklig kram hier aber das klingt vogel was hast du eine mappe mappe ist das ein bettvorlege oder was ja tatsächlich ist das auch ein luxus was ist die luxus ausfertigung hier aber schmodder aber wir wollen uns sehr gemütlich machen gell da kann man das hier trotzdem hinlegen ist ja auch lustig schön gemütlich kann ich da noch eins drunter legen geht das vielleicht oder hier vielleicht warte mal kurz ein bett da drauf machen geht das vielleicht das geht auch nicht muss man es so lassen jetzt sind wir zu nur alle tür was haben wir denn auch schönes hier im angebot für ein luxus schlafzimmerkombi hier fernseher vielleicht weil elektronik im schlafzimmer nicht so gut sein soll ist er richtig hoch dreh dich, dreh dich, dreh dich, dreh dich hängt das schon wieder idiot was ist die mikrowelle haben wir ihn ja das sieht doch aus aber wir haben ja hier kohle von daher haben wir hier ein flachbildschirm im schirm dingszimmer so ein stühlchen darf nicht fehlen da sitzt er sogar drauf sehr schön so ansonsten licht haben wir noch ein anderes licht die dinger hier jetzt ein kronleuchter wie funktioniert das nicht schlecht machen wir mal da zwei oder was schon cool aus so für volle beleuchtung was gibt's denn noch schönes meine bank so ein paar fücheln hinstellen war ja die viecher die köpfe will ich hier nicht haben das sieht irgendwie eklig aus viel mehr gibt's hier auch nicht ne tisch kleinen hocker können wir da noch in knallen warte mal eben wo sitzt er sich hin da guck da hin das ist ein fußhocker ist das ne auto haben wir den da mal hin was macht er jetzt den setzt sich hin funktioniert auch ganz gut ja leute ja leute wir sind wir über die ehre man wir können alles machen was wir wollen deswegen mal gucken was was man da so rausholen kann ähm wie hast du mit ner blume es gibt nur tannenbäume als blumen oder was das ist so grässlich im schlafzimmer so können wir noch irgendwas hier im schlafzimmer machen was sinn macht kleine fackeln hier sieht das hier aus große fackel ne brauchen wir eigentlich nicht ne oh pardon was hat er jetzt eine Waffel genommen ich würde sagen das schlafzimmer ist schon mal gar nicht mal schlecht ne oder die türen alle aufgelassen sag mal bloß ne Panik hier machen wir ein schönes ähm ja ein kleines sitzeckchen oder was ein extra large tisch klicken tut er nicht ne voll versetzt ist ja voll doof nein du sollst dich jetzt zerstören Idiot mach kaputt wird schneller gehen dann klicken geht geht es nicht ne weil die harmonieren irgendwie nicht so zusammen die Dinger man muss dann echt manuell hier frummeln wa ah siehst du haben wir ihn gekriegt Gott sei Dank äh hablich sind die jetzt richtig rum irgendwie die Dinger gut mehr traue ich mich auch gar nicht zu bauen jetzt hier weil es so anstrengend ist ohne Randhaftsystem weil die nicht zusammen gehören normalerweise so so richtig ja passt doch gut siehst du mal ja ne passt Wir müssen weit genug weg sein, sonst sitzt der da dann nicht. Ich glaube, sonst steht der auf, ne? Ich meine automatisch jetzt. Den mache ich nochmal ein bisschen weiter dahin. Gehe weiter nach vorne. Mann, ich drücke immer Escape. Gehe noch ein bisschen weiter nach vorne. Der funktioniert auch. Oh, sorry. Ich bin es gewohnt, von den Spielen immer Escape zu drücken. Deswegen mache ich das automatisch wirklich so. So, an dem den Stuhl hier. Das sieht schon mal gut aus, ne? Ja, muss nicht immer alles gleich sein. Wir leben ja auch hier drinnen, ne? Ansonsten, ähm, Hirsche oder sowas finde ich eigentlich angemessen. Mann, dass der immer so langsam geht im Baumenü, ne? Der Rest sind eigentlich eklige Tiere. Die gleiche Höhe. Naja. Richtig geile Sweet-Hütte hier. Naja, viel Ekelkram dabei, aber es kam halt, ne? Ich weiß auch nicht recht. Nix für uns Millionäre, Freunde. So, was gibt's noch Schönes? Licht brauchen wir hier auch, logisch. Darüber. Ach, warte mal. Hast du doch eben gut gehabt, so. Okay, sieht komisch aus, aber besser als nichts. Schön. Wundil, Wundil, Bar. Nee, 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 nee. Auch hier können wir einen Franken stellen, würde ich sagen. Voll high-tech hier schräg, ne? Glotze darf nicht fehlen. Wir müssen hier die Propaganda immer, die neuesten Scum News müssen wir hier irgendwie mitkriegen, ne? Wie sieht das aus hier? Ist doch blöde, ne? Passt irgendwie auch nicht, oder? Hm, nee. So, hier vielleicht. Ohne Ahnung. Willst du die Treppe auffinden, wa? So, das Treppengeländer ist das hier. das ist dumm aus keine ahnung ja die scheiße aus hier drecksladen ja wir haben unendlich geld und sehr viel kann man hier nicht machen sehr viel kann man hier noch nicht machen leute wir sind glaube ich schon fast am limit hier oder deswegen baum ich hätte gerne blumen und sowas alles also man merkt aber dass es halt nicht so nicht so ist na ja der sieht ja schick aus leuchtet sogar leute aber wtf soll ich damit passt jetzt auch eigentlich überhaupt nicht oder aber hey hier im sommer können wir das ding aufstellen weil wir es ja haben wir haben ja die kohle haben wir noch etwas geiles jetzt hier pp 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 glaube ich glaube das ist schon ein maximum was wir aus camp rausholen können hier könnte man natürlich hier noch eine kiche brauchen brunnen leute natürlich müssen wir hier im wasseranschluss haben na ja was machst du ach so probiert den gleich mal aus kann man zählt hier einbauen das wäre lustig das ist immer ganz schön groß wie sagt er denn so blöd ich die haben auch der type ich hatte das wenn er vom bau mir hier so beeinflusst werden also langsam ist und so hat das lassen wir mal hier ist die küche das bedeutet freunde wir brauchen hier sind feuer gedöhnt eine flammige feuer ecke machen wir diesen hin dass du erst mal oder muss ich erst mal ein feuer machen ich weiß nicht wie es geht ich weiß es einfach nicht und das ist eine ecke hier und jetzt das ding da drüber na oder bei technik machen wir gerade ja es scheint ja zu funktionieren irgendwie so ein geilen grill hier hier rum ist er verkehrt rum ne und ich plan jetzt seite grill hat geklappt wunderbar deadhead funktioniert dann liebe freunde darf natürlich nicht fehlen eine kiste ne fressen ist kiste machen wir hier so irgendwie her warum ist die nähe die dinge nach vorne wieso ist das immer verkehrt rum so hupsela hightech ofen hightech ofen will ich den mal drauf machen wie das aussieht wofür braucht man den oh mein gott wir machen so viel unsinn ja die sachen hier ok das ist alles ein bisschen krass ne will ich vielleicht noch wäre noch normal ein vogel muss man sehen mussten wir nicht unbedingt haben oder hier so eine küche sache ich werde es nicht lernen werde es einfach nicht lernen wie groß bist du passt doch nicht runter ne ok kann man doch aufbauen das ist ja immer so schräg ist grundsätzlich macht's kaum dass immer schräg ne verdammt dann kann man es doch nicht mal drehen Kannst du hier rauf fahren? Nein, mach dich schräg Da geht's rauf Können wir ein doppelstockiges Ding machen hier? Habt ihr das schon mal ausprobiert? Klicken tut er nicht Anscheinend geht's nicht Geile Luxusküche, Mann Wirklich Ohne Scheiß Das sind Spikes, diese blöden Dinge, wo ich immer reinlaufe Ja Die sind kacke Läuft da immer rein Ein Tisch Warte, machen wir so, ne Mein Luxushaus Merkt euch das Das ist mein Luxushaus hier Kraut Ich traue dem Braten nicht So und dann hier so Jetzt kann ich links die Ecke nicht mehr sehen, wie ätzend boah ich hasse das baumenü hi lp warte mal kurz wo ist denn die schreiben jetzt warum ich das jetzt so mach da klickt er sogar ein bisschen ran aber das ist verkehrt so da muss ich bis dahin da geht die tür sonst nicht auf oder ich mach mal einen tic weiter so ich probiere es einfach mal mit mitteldurchgang hier ist unsere kirche leute wie findet ihr das kann ich das anmachen natürlich nicht wir sind ja nicht gott naja wir sind ja nur millionäre also ich finde es richtig nice mein schlafstahl ist dort drin hier haben auch noch die türen gesichert wunderbar hier ist alles verbarrikadiert kann man nicht irgendwie fenster einsetzen oder wie war das noch mal was ist das hier das hat damit nichts zu tun das hat damit nichts zu tun so was kann man ja noch schönes machen hier leute guckt euch das an guckt euch das an was steht denn da drauf base under construction ne kochen den kram kommt später machen hier mir fehlen so ein paar sachen noch hier so ne das verschwindet dann ja auch schade eigentlich ne wenn man nicht so ein bisschen deko rauf legt eine torte zum beispiel rauf matschner ich kann sie jetzt nicht bauen nur ein teppich darüber legen oder was als tischdecke was denn muss man alles mal ausprobieren aber der ist schräg und wenn das schräg macht das stimmt immer schon irgendwas nicht na voll schlecht gerade aber eine küche das hier also teppich ich weiß nicht recht ich glaube das lassen wir so oder gibt's noch für kram wird ein plattform und sowas hier an machen das ist ja auch lustig aus ach nee das sind diese an den wand hier die dinger sind das naja kann es als regal benutzen naja hier da ein bisschen rum wieder wie geht es euch heute an diesem wunderschönen abend haben wir überhaupt schon licht es gibt ja nur die eine lampe sonst gibt es nur schrott kommst du hier küchenlicht brauchen wir noch hier eingangs lichter und dann noch hier irgendwo ne dabei muss man rankommen die dinge sieht aus wie fallen gruselig also das wäre ich finde es ja richtig geil hier könnte man lagerraum machen sehe dich sehe dich von der ferne schlingel ich weiß nicht mehr können wir gar nicht machen hier ne sehe ich das richtig die dinge hier das bringt auch nicht viel das ist ja etwas für draußen ne die bäume hier sind wald ecke macht auch keinen sinn glaube ich da können wir nichts machen da können wir nichts machen kisten könnte man noch hinstellen richtig rum bitte also quasi ist das so ein bisschen lagerraum mäßig irgendwie ne oder ne das reicht zwei kisten viel vielleicht ne eine ne brauchen wir nicht zwei das reicht in ecke also also ich finde es schon gar nicht mal so schlecht hier oh man ich werde es nicht lernen ja ich habe gerade dieses andere spiel gespielt deswegen und dann gewöhnt man sich das mal ganz schnell wieder an da ohne wett kreuzematten das ist alles quatsch bett das haben wir das haben wir das haben wir das ist alles ekligen quatsch wir sind fertig soweit ne also das ist so unsere ja wie findet ihr denn mein haus wie lange habe ich gebraucht dafür als millionär 25 minuten na gut die grundriss und sowas ne also das hochziehen des hauses hat auch noch ein bisschen länger gedauert das war auch nervig hier ist unser schlafzimmer freunde mit fernseher natürlich konsolen gibt es ja leider noch nicht kleiner lagerraum da ist unsere kitchen liebe küche und hier oben ja das ist jetzt eine art allgemeine wohnungsstube halt wohnraum keine ahnung fernseher der ecke hier kann man so einfach zu sitzen und dann gucken wir nach draußen frisch gebaut kaputt ne ja das ist unser großes heuchler weiß nicht man kann auch die geier und sowas kann man auch von draußen ran machen lp warum nicht live heute warum nicht live gleich schlafen müde es ist jetzt nämlich 21 15 morgen bin ich wieder nicht da also ich bin unterwegs deswegen muss ich das jetzt hier die eine folge jetzt im voraus aufnehmen ja gebrechlich sonst verschlafe ich morgen wieder den ganzen tag das ist immer so ey und ich will früh los wenn es geht ähm ja draußen könnte man einen kleinen grillplatz vielleicht machen und dann noch ähm hier so eine schießecke zum beispiel voll die ritzen hier drin alter könnte es irgendwie zu machen wie sieht das denn aus kann ja jeder reingucken hier die ganze spannende äh geht nicht ne das ist wieder ein blödes das hier guck mal hier kannst du nicht rumbauen der klickt denn dahin da ist es da wäre es ja richtig aber er kann es nicht bauen ne er kann es einfach nicht bauen schade 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 ne also da kannst du immer nicht viel machen und ich glaube da kannst du durchschießen wa das ist überall so ey uah was für eine wand alter ja das sind die mit den fenster die reihe hier Richtung erb er fielt und der rest ist halt so ok nehmen wir mal an wir hätten einen bogen welchen ich ja sowieso nicht mag dann haben wir natürlich nach dementsprechend ähm gott ja wo ist jetzt wie rum gehörten das jetzt alter man kann es ja gar nicht sehen so rum oder so rum also das ist dann auch ein bisschen dämlich gemacht ne oder die füße da unten ist ein brett ist das vorne oder hinten ich weiß es nicht und drohen auch noch an so rum glaube ich ne ne das ist ich weiß es nicht man eigentlich wenn die kugel hier fliegt oder der pfeil ne da müsste die zusätzliche stabilisierung hinten sein weil der wird ja so ja ist richtig was willst du denn machen das kleinste ziel nach vorne und vorne hier korrekt so ein bisschen verschoben dann kann man hier so obwohl das eigentlich ja nein ist auch egal samstag event mario kart treffen 19 uhr a3 habt ihr gehört treffen 19 uhr a3 wer schreibt das dann bin ich mal weg bis morgen nacht schlinge nur ein alt ähm schrank gibt es noch gar nicht ne aber wir können hier unser camping zelt aufstellen leute wir sind millionäre man wir können alles machen schnauze du komische kuh wieso hab ich denn eine kuh hier äh 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 das so geil oder irgendwie hat das doch was ne wir sind ey wieso ist hier eine kuh jetzt hier mich abnervt man wir sind reich 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 man könnte das noch so da rum machen so ne aber das brauche ich eigentlich nicht so als Deko Deko quasi Stühle wollte ich glaube ich ne ja also ich finde unser gard noch richtig cool oder was sagt ihr dazu? ey ich will mich gar nicht hinsetzen ja ist genau zu viel alter das Auto, der Parkplatz und so, das kann hier so sein. Hier könnte man vielleicht sogar noch eine Mauer lang ziehen. Man kann alles machen. Wir sind ja wohl und habend gleichzeitig, Leute. Ey. Aber so kann man sich schön weit gucken, ist auch cool. So, was brauchen wir noch? Wird das Wetter schlechter? Kommen wir irgendwie so vor. Hier kann man hoch. Kann man da so durchs Fenster gucken. Ihr Schweine! Aber leider können wir nicht schießen, ne? Da brauchen wir diese Plattform. Ähm. Wo ist die? Da würde eigentlich mal irgendwas mit der Treppe hier machen. Ist auch total sinnlos, das Teil, ne, oder? Hat das jemand schon mal irgendwie sinnvoll benutzt? Lauf doch schneller. Scheiß Baumenü. So, ist doch geil, ne? Wenn wir das noch da ran machen. Müssen wir ein bisschen Luxus haben hier, ne? Oh, das baust du auch. Oh, I love it, Leute. I love it. So, jetzt gemacht. Du, 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 du. Haben wir eigentlich so einen kleinen Zaun oder irgendwie sowas? Das gibt's nämlich nicht, ne? Ein kleiner Zaun irgendwie. Das Kaffee ist, glaube ich, ja, gebebt gerade. Ich hab' ne Drohne gehört. Könnt ihr das hier... Guck mal, man kann ihn hier so hier hin bauen, ne? Kann man so den langziehen, aber... Wozu? Oder hier rauf halt. So, ne Reihe. Als Mauer halt irgendwie, wisst ihr, wie ich mein? Aber das, du siehst ja den Schubladen dann, ne? Das wird stürmisch, tatsächlich. Irgendwie wird das stürmisch hier. Leider. Die Sanddinger hier. Wie wär's denn damit? Macht das irgendwie Sinn? Sanddinger hier hinzustellen? Weiß ich nicht. Was macht schon Sinn, oder? Man baut einfach. Wenn man da, haben wir unendlich Geld. Ja, wenn ich da schräg komme, dann brettert das dagegen. Dadurch wahrscheinlich, ne? Aber irgendwie sieht's cool aus, oder? Ja, dann ist das nicht so langweilig hier mit der Kante und so. Wisst ihr, wie ich mein? Da ein paar Blumchen draufstellen. Ja, das ist ne gute Idee, glaube ich. Hoffentlich geht da der Weihnachtsbaum rauf. Das ist sowieso ne gute Idee, diesen blöden Weihnachtsbaum. Es gibt ja keine anderen Pflanzen. Damit man das so, äh... Na, als, als Hacker halt, ne? Tatsächlich, es regnet! Es hat doch was, ne, oder? Ja, klar, das, was man... Komm, ich schräg? Ne, es geht. Und gut, dass es sich so gut klickt. Gut, dass es hier so gut klickt. Oh, ich muss besseres Wetter machen, tut mir leid. Set, Wetter, Sun... Wie viel hab ich's überhaupt? 21 Uhr, 30. Set, Time muss ich machen, 7, ne? Damit das Wetter irgendwie besser wird, oder? Geht das nicht, Amy, so? Jetzt ist es total dunkel und regnerisch. Eigentlich genau das Gegenteil, was ich haben wollte. Oh, Mann, ey. Oh, nein, der geht nicht da drauf. Wie doof. Schade, ne? Ja, so als Hacker oder sowas, wisst ihr, aber... Na, hier hätte man den so lang machen können, da ist es aber auch doof. Das ist ein Weihnachtsbaum. Sieht halt scheiße aus. Kann ich nicht mal meine Kommandos hier irgendwie machen? Schnell rein ins Haus, wenn der Klättchen nass. Die Dinger nicht mal irgendwie an hier? Ne. Kann man den nicht anmachen, oder was? Wofür sind wir da da? Kann man die anmachen? Hab ich keine Streichhälzer? Ja, aber ich hab noch gar nichts, ne? Wir sind nagelneu, Leute. Schnief. Aber Aloe Vera haben wir. Kann das da so hinlegen? Ah, guck mal hier. Hä? Achso, hab ich das falsch hier gemacht. Das sieht doch geil aus. Diese Deko, meine ich so ein bisschen, ne? Man fühlt sich doch wie zu Hause. Oh, jetzt kommt der Code erst durch, Alter. Das dauert ja ewig. Juhu. Frühmorgens. Kinder, wo seid ihr? So hätte ich mir eigentlich mein Leben mal gewünscht, ne? Aber süß, ich hab mich mal ein Zelt. Oh mein Gott. Ja, aber das sieht doch gut aus, oder nicht? Ja, ich kann das sogar noch höher bauen, ne? Aber lass mir erst mal so, glaube ich. Hier, geile Terrasse. Meine Terrasse. was wir so ranmachen. Was hat er da? Ein paar Tüschli. Tüschli. Stüli. Ah, einfach nur nice, ne? Experimente. Wird gekokelt, keine Ahnung. Die Fackel kann man noch aufstellen, theoretisch. Das wird funktionieren jetzt, oder wat? Das wäre mir aber zu viel. Oh, was macht er jetzt? Repair. Wie immer. Nö, 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 nö. Ja, wie findet ihr denn mein Häuschen? Hättet ihr auch, wenn ihr unendlich Geld hättet, das so gemacht, oder eher, oder sieht scheiße aus? Ah, hier ist der Eingang. Da muss markiert werden. Kann ich da noch einen Sack hinmachen, oder so? Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oder sieht das dumm aus? So. Äh, zipp. Zapp. Kommt man denn rein? Ja, man sieht gleich, ne? Freundlich, da hinten steht das Autochen. Habe ich da noch durchgefahren? Oh Gott, ey, das habe ich gar nicht dran gedacht, eben, ne? Ja, doch, hier passen wir noch durch, ne? Ui, 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 ui. Sonst muss ich das hier mal irgendwie noch anders machen. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie. I don't know, aber naja, wir können es ja erstmal so lassen. Schick, schick, schick. So, hier, das ist der Bogenstand. Hier fehlt aber irgendwie noch ein bisschen was. Ja, man kann echt nicht, viel kann man echt nicht machen, ne? Viel kann man nicht machen. Sitz vielleicht im Sitze schießen, macht aber auch keinen Sinn, ne? Ja, so ein Tisch, wisst ihr, wie ich meine? Also so ein, äh, Munitionstisch oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht, reicht. Schiebige Holzkistchen. Ja, wo der Bogen halt drin ist und so, ne? Ne, 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 ne. Keep out. Sorry. Zimmer frei. Ach so. Ja. Ja, das macht man. Schilder die, ähm, mit, äh, so Sprüchen drauf. Brauchen wir, glaube ich, nicht, ne? Zelt. Kann man auch nicht wirklich viel Neues machen. Ich wollte hier eine Wende noch was machen. Ich war hier abgelenkt worden. Ach, den. Die Dinger wollte ich machen. Oh, jetzt läuft der wieder so langsam. Springen. Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na oh my god jetzt komme ich hier in quere mit dem teil aber noch ein da komme ich gleich mit zwischen willkommen machen rando ja das niedriger sieht geil aus oder und jetzt hat diese bekloppte treppe die ist ja riesig alter voll das riesen teilmann kann man aber irgendwie zunächst so gebrauchen das teil oder normalerweise müsste der denn da so rand klicken oder so dann würde sich ein bisschen sinn machen das ist eklig was kann man noch mal machen irgendwie so ein bisschen schießbaren kenntlich machen vielleicht mit diesen dingern hier da ist das blöde gut ist aber knapp wie sieht das aus klickt er da irgendwie ran habe ich auch noch nie gemacht die dinge rechte also das bauen habe ich wirklich nicht nicht oft gemacht verkehrt so andocken nee 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 andocken vom zurück 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 nächsten kann ich hier noch durch Kinder das spielt ihr bitte nicht das ist zu gefährlich voll mit schnacheldraht hier okay kinder habe ich immer nicht bin hier allein neben der millionär ist der schießplatz geil hier luxus man teuer ist der wird wir haben das ist der parallel man kann es wieder nicht sehen war es schon nicht schlechter rinieren okay ich drüllen wir mal eben kurz hier gegen wir wollen ihn nicht ärgern 45 minuten oh mein grad 45 minuten und ich habe mein traumhaus gebaut rein den luller mann hier müsste aber auch noch was denn theoretisch naja hier noch eine wand oder sowas naja hier hoch das ist doch mal ein jump run event hier oder hallo äh ego ja ich gehe mir lieber hier hin ja der ist perfekt habe ich einen sniper ja habe ich sogar hier dreckigen kann ich von hier aus zombies sehen neunfache also wir haben schon maximal zoom das ist aber alles zu weit weg schade ja shit ist zu weit weg da sieht man noch nix aber trotzdem nice wenn hier eine lang fährt oder so hier kann ich auch rausgucken guck mal ich habe gedacht das ist auch nicht schlecht hier hm ich habe mich auf dem dach ja man sieht sie nicht klick klick ich komme sogar rüber glaube ich oh ich habe mich erschrocken gut da kann man doch nicht rüber mein eigenes haus killt mich hier aber um passieren müssen wir uns haare schneiden auch wie der mal also ich fühle es richtig geil so für mich hier ne brauche ich noch eine trüller die hier mit mir wohnt mit dem essen macht und so wenn ich nicht putzen brauche und dann kann man hier leben oder in der virtuellen welt also dach mehr auch noch was können wir hier eigentlich machen äh die sandsäcke oder was wo sind sie denn das wäre natürlich nochmal nice ne man kann es natürlich nix machen kann ich hier überhaupt irgendwas machen sagen wir hier ist einen geilen turm oder wat da hab ich ja ich hab' noch gar inden turm aufgebaut ne den könnt man auch nochmal irgendwo hinsetzen aber nix im auto deddddddddddd oh da gibt's schon geile sachen ne so was kann ich denn hier oben machen sag mal zeltaufstellen ooo oh das sieht so riesig immer aus das sagt ne ne wie wäre es dann mit dem kleinen haus nee das medium das ist klar ist das so hoch kommen meine dämmel mein haus ist verflucht kann man da nicht ein bisschen auf dem dach bauen eine badass habe ich noch 58 prozent leute gut gefallen die gleich so hoch aus hat hat schon auch wieder survival auf unseren eigenen hof hier ja heute mal xl folgen immer ein bisschen mehr zeit hierfür jeder ding hier irgendwo hin der ist auch scheiße die plattform geht es gar nicht gell gell typi läuft nicht immer so langsam aber hier könnte ich vielleicht genau zwischenpacken also nicht ja das ist doch neues aus nach und darauf kann man gleich das hier machen was mal funktionieren würde ich blöd schräg dir das da mal aussitzen ja so leid nach vorne wird ist immer nicht wie es geht ich glaube ich habe das noch nie hingekriegt eben was kannst kurz grün habt ihr gesehen halt ich habe gedrückt juhu das gleich noch nie gemacht oder das ist doch mal geil schöner spielplatz hier ja guck mal hier hätte noch ein draufsetzen gut der guckt ja jetzt schon hier rüber ich wahrscheinlich nicht oder nein ich hasse es warum ist alles so hoch von der leiter her müsste die leiter dann ja da oben links irgendwie sein oder was ich weiß es nicht das habe ich aber noch nie gesehen also dass da einer drei leitern hat glaube ich ja oder das ist ja sie guckt ja schon drüber also das wird ja maximal sein ich muss einen teil an mir jetzt unterhose klein machen oder so ich habe ja nix ablegen wo ich die jetzt hingetan das ist nur farbe leute keine angst ist nur farbe den klöten erstmal wieder abwenden ja wie findet ihr mein spielplatz leute hättet ihr auch so als millionär gebaut wie ich jetzt hier das sieht doch geil aus einen schönen garten haben wir ein großes häusle küche schlaf ein badezimmer fehlt aber dann müssen wir in die küche den brunnen benutzen ansonsten ich glaube wir sind soweit durch ne ich habe glaube ich wirklich alles soweit gemacht was hier geht so wird der stachel ja noch mal für die tür sitzen aber dann tue ich mir selber weh wahrscheinlich oder da kriegt man selber keine damage also ich glaube das müsste man auch mal ausprobieren ein schöner spielplatz ja viel kann man noch nicht machen denn es gaben aber was man hier so draus machen kann so ne ist schon mal besser als vorher also ist schon schon geil gemacht alles so ne gut dann sehen wir uns auf jeden fall freunde in eines meiner tollen anderen videos wieder vielleicht im live stream ansonsten spätestens bis morgen früh und dann bis samstagabend 19 uhr mario karten hier ne macht's gut und